Wir brauchen Aal auf Eis, eine Schüssel, einen Teller, einen Gastronombehälter mit Wasser, Küchenpapier, ein Putzmesser, ein Kochmesser, ein Arbeitsbrett, ein Küchentuch. Die Haut vom Aal am Kopf einschneiden. Und die Haut abziehen. Den Kopf abschneiden, Blut und Innereien gründlich auswaschen und den Kopf abschneiden. Untertitelung des ZDF, 2020 In 5 cm Stücke schneiden. Arbeitsplatz säubern. In 5 cm Stücke schneiden. In 5 cm Stücke schneiden. In 5 cm Stücke schneiden. In 6 cm Stücke schneiden. In 5 cm Stücke schneiden. すher. 你 Terry Bachmarowage 최고智штufs. Vielen Dank.